Oh yeah, Elektro-Schlott! Und irgendwann waren da noch so Carbonfaserteile dabei und lauter andere Kleinkramen. Und nun ja, es gibt einen Copter. So fand ich eine großartige Sache, dass sich da alle abgesprochen haben unter Leitung von Paul Rogalinski, dem alten Copterpiloten. Haben mir da wirklich eine Riesenfreude gemacht, die Leute. Jetzt habe ich mal damit angefangen, das Zeug zusammenzubauen. Und zwar habe ich heute Nacht das Frame hier zusammengebaut. Das besteht normalerweise aus Einzelteilen. Ein paar Schrauben und diesen Alu-Röhrchen hier. Und das habe ich dann mal zusammengesetzt. Im ersten Moment hatte ich absolut keine Ahnung, wie alles zusammengehört. Aber zum Glück habe ich bei Ebay genau das Frame gefunden. Und in der zusammengebauten Form konnte man dann sehen, wie es aussehen muss. Ich vermute mal, dass man hier eine Kamera drauf montieren soll. Ja, das ist eigentlich, wenn man es mal zusammen hat, relativ straightforward. Es war ein bisschen frickelig, das hier zusammen zu kriegen. Weil, ja, musste man sehr viele Teile festhalten und dann festziehen. Aber, I did it. Und was ich jetzt heute Morgen noch gemacht habe, ist, dass ich mal die Motoren präassembliert habe. Weil, da musste man noch hier so ein Dingens auf die Achse drauf schrauben. Ich mache das hier mal weg. Da sieht man, hier sind diese vier feinen Stäubchen drauf. Also hier kam einfach nur die Achse drauf. Da hat man das hier festgeschraubt. Dann kommen die hier. Und ich vermute mal, also, man muss dazu sagen, es war keinerlei Aufbauanleitung oder sowas dabei. Aber ich vermute mal, dass man dann die Propellerteile einfach da einklemmt an der Stelle und dass es dann schon irgendwie passen wird. Was ich heute Morgen auch noch getrieben habe, war, dass ich diese Motorkontroller hier ausgepackt habe. Diese ESCs. Zu denen ist mir noch was aufgefallen. Das werde ich gleich nochmal demonstrieren. Da werde ich noch Lösungen finden müssen. Das sind diese Afro ESC. Die sind wohl recht gut, mein Paul. Was ich auch noch habe, sag ich einfach mal. Ich habe Akkus, tolles Zeug. Opa, falschrum. Ähm. Ja. Von Stephans Lipo Shop. 40C, 80C. 1000mAh. Ich glaube, das sind ziemlich dicke Dinger. Ich kenne mich mit dem Graffel noch nicht so aus. Also, ich kann im Moment nur raten, dass das Zeug schon ziemlich gut sein wird, weil der Paul schon keinen Scheiß zusammengesucht haben wird. Und was auch noch dazu gehört, sind hier, das ist glaube ich der Empfänger für die Fernbedienung. Ja genau, 2,4 GHz Receiver. Das hier ist glaube ich so ein Controller Board, das ich gar nicht wirklich brauche. Wenn mich nicht alles täuscht, geht hier so ein Datensignal vom Empfänger rein und am anderen Ende kommen dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube so 8 parallele Leitungen, mit denen man direkt Servus steuern könnte. Aber das brauche ich ja nicht, weil ich habe das hier. Das ist ein Flip 32 plus Flight Controller, also eigentlich das Hirn von dem Ding. Das ist jetzt für alle Leute klar, die selber so einen Copter da haben. Für die, die sowas nicht haben, das staubt man da rein. Das ist im Grunde genommen ein kleiner Computer, wenn man so will. Und der regelt das Flugverhalten nach, weil so ein Copter hier ist eigentlich keine Sache, die so stabil ist wie ein Papierflieger, dass das einfach von selbst fliegt oder so. Sondern man braucht eigentlich diesen kleinen Computer, der die ganze Zeit Neigung und Winkel und Geschwindigkeit und weiß nicht was alles irgendwie auswertet und nachkorrigiert, damit das Ding stabil in der Luft bleibt, sonst fällt es runter wie ein Backstein. Und dafür hat man die hier, die haben deutlich mehr Rechenleistung als das, was ich früher so an PCs hatte. Das ist eine beeindruckende Sache, da ist schon ein Armprozessor drauf. Wie gesagt, Flip 32 plus für die, die mal nachsuchen wollen. Wenn wir schon beim Zeigen sind, dann habe ich hier auch noch was, nämlich das Ladegerät für die Akkus. Das sieht total super aus und ich vermute, das ist auch total super. Wie gesagt, ich habe noch keinerlei Ahnung von diesen Dingen, aber man sieht schon mal, dass es ein schönes Gehäuse sieht, sehr sauber verarbeitet aus. Wird also echt nicht der allerletzte Kinderdreck sein. Auch an der Stelle wieder. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Zeug aussuchen würde, das total ein Riss ist. Das brauche ich ihm nicht zu. Und dann führe ich euch noch kurz hier durch das Büro zu dem letzten Karton, der hier noch ist. Das ist die Fernbedienung, aber die werde ich wohl erst ganz am Ende brauchen, vermute ich mal so. Sie sieht auch toll aus. Ich glaube Paul hat diese, die ist also gut. Ja. Gut. Ich hatte ja noch gesagt, dass es eine Kleinigkeit gibt, die mir aufgefallen ist, die nicht trivial wird, die ich mal herzeigen wollte. Und zwar geht es dabei um das Größenverhältnis zwischen diesem Motorkontroller, von denen habe ich vier, und diesem Frame hier. Letztendlich ist es so, man muss sich das so vorstellen, die Motoren werden hier an die Enden von den Auslegern da dran gestaubt. Und dann werden die Motoren hier dran angeschlossen, mit dem Kabel hier, das man möglichst kurz hält. Und das andere Ende, da sind die roten und schwarzen, würde ich jetzt mal sagen, die gehen an die Stromversorgung, an die Lipo. Und das hier geht an den Flight Controller, das sind die Steuerleitungen, mit denen dann geregelt wird, wie schnell das Ding drehen soll und in welche Richtung die sind. Alles gut und schön. Das, was jetzt hier ziemlich frickelig wird, ist, wenn man sich das mal so anguckt, diese ESCs sind für sich genommen schon fast so lange wie die Ausleger. Das heißt, ich werde mir hier echt irgendwas ganz Originelles einfallen lassen müssen, wie ich die verbaue. Ich hatte erst daran gedacht, sie eventuell drunter zu machen, aber drunter wird es auch echt hakelig. Also es ist echt, von den Größenverhältnissen ist es ein bisschen beengt, da muss ich kreativ werden. Aber mein Gott, dafür kauft man sich ja nicht einfach so ein wie Phantom oder so ein Kram, sondern bastelt sich selber was, dass man da auch mal drüber nachdenken muss. Ja, also ich werde in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch ein bisschen mit den Teilen hier rumspielen, vielleicht mal so einen Motor einfach behilfsmäßig an so einen ESC klemmen, nur damit ich mal sehe, wie sich das bewegt. Bevor ich wirklich loslege, fehlen mir im Grunde genommen noch zwei Dinge. Das eine ist ein sogenanntes Power Distribution Board, das habe ich mir für 2 Euro von Banggood aus China bestellt. Das ist letztendlich nichts anderes als ein Platinchen, wo man diese ganzen Stromversorgungsdinger hier alle dranklemmt und wo gewissermaßen der Strom von den Akkus zu den ganzen anderen Teilen verteilt wird. Und das zweite, was mir fehlt, ist schlicht und einfach noch ein bisschen Kabelmaterial. Da muss ich nochmal schauen, was ich genau brauche. Ich denke aber mal, wenn ich mich ungefähr an die Kabeldicke von dem halte, was hier ist, dann werde ich da einigermaßen auf der sicheren Seite sein. Das ist 20 AWG. Also nehme ich auf 20er Kabel oder vielleicht so eine Nummer Dicke oder sowas für meine eigene Verkabelung und dann wird das schon passen. Boah. Gut. Das war das erste Video zum Roffelcopter. Wenn ich mal wieder irgendwas tue, kommt mehr. Bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich bei den lieben Spendern, die dieses Ding hier möglich gemacht haben. Und ja, wie ich dann so sage, nochmal so. Tschüssing. Wat? more waaat? Regгляд!